Weil bei mir hat das nicht alles... Lass mich hin rum, geh weg! Alter, willst du mich verarschen? Boah, scheiße! Ich brenne! Nein! So, Mr. Quiz! Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück bei GTA Online! Yeah! Und mit dabei ist der Quizplay! Hey ho, diggidi! Der Onkel! Hallöschön! Der Gamax! Jo, hallo, Leute! Und der Darehitorimiro! Also, Manni! Jo, jo, jo! Und wir fliegen, glaube ich, jetzt, ne? Ja! Darehitorimiro! Die nächste den Smog 2! Genau! Geil! Ja, der wollte den Zungenbrecher erstellen! Also, es ist kein... Sollte ich irgendwann weg sein, bei mir herrscht hier grad... Bei mir geht draußen grad die Welt unter! Wieso? Ich glaube, man hört das auch leicht in meiner Audioaufnahme von meiner Stimme! Ey, das brasselt hier gegen die Scheibe! Geht gar nicht! Ein so genanntes Warlockfüll! Das war heute den ganzen Tag bei uns! Hier im Garten entsteht grad ein Tornado! Oh, was ist all das? Was ist das denn für ne Karre? Wieso kann ich... Guck mal, ich kann zum Beispiel mit dem Controller nicht auswählen... Nein, weil du das vor dem Spiel auswählen musst! Hab ich dir das schon mal erklärt! Nee, ich kann auch zwischendrin... Ja... Aber nicht... Ja, das geht nicht! Dann muss das Spiel neu starten! Ja toll! Dann kann ich jetzt also nicht mit dem Controller spielen! Tja, da hast du Pech gehabt! Ich hab dir extra eine Kontrolle eingestellt! Und du? Was machst du? Ja, dann lässt du fliegen! Ja, ich kann so nicht fliegen! Da hast du Pech gehabt! Ich hab dir gesagt! Ja... Hab ich dir gesagt! Okay, dann drücken wir alle auf Breit! Und dann... Auf Breit! Ich hab dir extra eingestellt! Ja, auf Breit sind wir schon alle! Du hast doch mal nix gesagt mit vorher anmachen! Das ist doch logisch! Ne, so logisch! Lol! Ich wette, ich gewinne! Ich hätte eigentlich die Wetten abschließen sollen! So! Ne... Der wird nicht einmal machen! Und wo ist schießen? Wo ist schießen? Oh, 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 oh! Boah, was ist das denn für ein Segelflugzeug? Okay, ich schiefe jetzt ab! Alles ist gut, Leute! Alles ist okay! Alles ist okay! Du hast alles dazu! Lol! Alter, fliegt nicht gegen mich, Kollege! Dann würde ich sagen, Rivano... Achso, du hast ja auch grad Aufnahme an! Ansonsten hätte ich gesagt... Machst du halt mal deinen... Oh, wow! Chris, mach keinen Scheiß hier! Du hast halt dein Spielmeister, weil du jetzt eh bloß zuguckst, ne? Alter! Muss ich da umdrehen? Nein, ich muss echt umdrehen! Ne, da muss ich ja da raus und rein! Ich muss erst mal wieder in die andere Sicht, so! Oh, wie ich da jetzt nicht rankomme! Alter, wie sie sich die anhören! Wiiiiiiiiiii! Wieso krass die Kinder? Alter, Onkel, mach keinen Scheiß hier! Ich mach keinen Scheiß! Dann gewinne! Alter, Alter, Alter! Nein! Boah! Alter, das mit dem Flügel weckerhauen, Mann! Das hat mich jetzt einfach umgedreht, die Sau! Also, ich hab Aufnahme gestoppt bei mir! Ja, dann mach ich das Spiel! Dann geh doch mal aus dem Spiel raus, mach den Pad ran und komm wieder rein! Wir gehen nachher mal in die freie Lobby und laden dich dann ein! Wow, wow, wow! Ja, aber ich bin jetzt noch bei euch, aber ich werde jetzt... Ich bin noch bei euch, ich stehe euch bei! Nein! Aber ich seh grad, dass ich mit der Maus steuern kann! Das war total bescheuert! Was? Nein, 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 nein! Ich muss mal anlaufen! Das hat sich erledigt! Ernsthaft? Man soll hier durchfliegen, gell? Nein! Dann starte doch einfach... Geh doch einfach mal aus dem Spiel raus, Rivano! Du dir dein J-Bit anschließen und... Wow! Wow! Fuck! Was macht ihr da? Egal! Mal viel zu weit abseits hier! Das Ding wieder nicht gekriegt! Lala, dann geh ich mal raus! Schon besser! Aus dem Haus! Aus dem Haus! Was machst du dann mit dem Tag, der jetzt dir fehlt? Ach komm! Du hast ach komm! Ja komm! Lade es mir einfach dein Video hoch! Dann habt ihr doch noch genug! Genau! Nein, haben wir nicht! Wir haben jetzt täglich veröffentlicht! Ja, ich hau mein Video! Ihr seht an meiner Ansicht bei Rivano! Genau! Oh, ich lenke aber auch mit dem Ding Scheiße! So, ich stöpsel nun meinen Controller an! Ja, eigentlich! Ich bin ja nun draußen auf dem Desktop! Du weine! Das fliegt sich aber auch! Das fliegt sich ein bisschen komisch, das P, ja! Behind! Und in zwei! Alter, was mach ich denn hier nur, Alter! Komm dich mal runter, aber auch! Ja, das musste sein! So ein bisschen wie Respawn! Ohohoho! In Ansicht! Geht hier online? Wird gestartet? Ich glaub, Gabax ist bestimmt der erste Platz wie immer, ne? Ja, der Gabax ist nicht der Platz! Wie immer! Ich bin netzer! Na ja, Gabax hat mich vor uns gedreht! Ich bin netzer! Das war... Bitte?! Du hast mich gedreht und ich bin gegengeflogen! Gegen so ne scheiß Brücke oder irgendwo! Jaja, du warst schuld! Gegen ne Lagerhalle! Weil du mich einmal komplett umgedreht hast! Du warst schuld! Ich war schuld! Ich hab nen Anzeigefehler! Ich hab nen Bug! Was? Und dann steht der Vierter! Kann nicht sein! Das kann nicht sein! Geht aber, man kann sich... Man kann sich gut an das Flugzeug gewöhnen! Kann man nicht! Nein! Geht gerade nicht! Nein! Boah, jetzt krieg ich nen! Wen kriegst du? Mich? Geht Onkel! Wer ist das hier vorne? Er kriegt nen Onkel! Abgeballert! Genau! Achso! Okay sogar! Der Eier hat auch ein bisschen... Ich komm jetzt grad wieder rein, ja! Ein bisschen ganz schön! Ich komm da mal rein! Wir werden vielleicht ab und zu mal vom Gas gehen! Vielleicht dir hilft das! Echt? Oh! Nicht bei nem Rennen! Ne! Oh! Scheiße! Oh! Jetzt hab ich voll auf dich geguckt und bin abgestürzt! Nein! Abgestürzt! 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 Feize da! Abgestürzt, Alter! Trigg dich, ey! Ich krieg dich! Ich bin so ein Vollidiot! Oh! Geil! Ich bin gelandet! Im Wasser! Geladet! Hauptsache nicht letzter! Also mir geht's ganz entspannt hier vorne! Du hast ja auch alles durcheinander gebracht! Ich hab gar nichts durcheinander gebracht! Du hast ja alles durcheinander gebracht! Du bist gegen mich geflogen und dann bin ich kaputt gegangen! Ich bin ganz normal unten geflogen! Du kamst drunter! Ich hab da ne Feuerwände vor mir gesehen! Ich hab da ne Feuerwände vor mir gesehen! Ich hab schon die Feuerwände vor mir gesehen! Also ich geh dann mal wieder auf online! Ja, Rivano! Dann kannst du mich da wieder einladen! Ja, Rivano! Kann ich dich dann einladen! Oh, hier sind ja alle übelst gedrängt! Mega! Oh, komm schon jetzt! Da spiel dir zwei rein! Vorsicht, da sind Kabel! Fuck! Und guck mal, da fliegt aus! Oh, Chris! Oh, Chris! Komm, das schaffst du noch! Du wirst Zweiter! Oh nein! Was mach ich denn? Ich bin der Größte! Oh, du hättest Zweiter werden können! Oh, wie der Letzter! Jetzt stürzt doch mal noch ab! Seid mal! Seid mal wo! Boah! Ja, wie das? Ist klar, den Letzten hab ich nicht bekommen! Oh, er ist am Ziel vorbeigeflogen! Nicht Letzter! Was? Nicht beendet! Ab dann! Ist klar, ich bin Vierter! Obwohl er noch nicht beendet hatte! Merkst du was? Ja, der andere, der ist am Ziel vorbeigeschossen! Naja, trotzdem wäre ich dann nicht Letzter! Ich hab's noch mit der Tragfläche, hab ich's noch getroffen! Nee, aber das mit einem anderen Flugzeug war auch noch geil! Gab's noch mehr Flugzeuge zum auswählen? Nee, gab nur das! Seid ihr schon fertig? Ja! Ups, ich wollte eigentlich... Ja, dann wartet, dann kannst du mich gleich einladen! Kauf Munition! Geht nicht, dann müssen wir erst wieder rausgehen, oder? Nee, nee, ich kann nicht... Ist Munition! Stimmt, man kann ja... Ja, come on! Come on! Come on! So, okay! Jetzt nochmal Flugzeuge! Hinter dem Himmel kannst du mich einladen! Hinter dem Hügel! Hier, klar! Muss ich dann wieder oben auf das große Online zum Einladen annehmen, oder? Was denn jetzt? Oder am Handy annehmen! Was denn jetzt? Hab ich abgespielt! Hauptsache Flugzeuge! Die Einladung! Eivano, wartet doch mal bitte! Du kriegst das jetzt eine Einladung! Sorry! Ja, was macht der denn? Ach, ich bin auf der Map von gerade vom Deathmatch, okay? So! Sorry, das war jetzt grad ein bisschen nervig! Wir reden alle und Rewano im Hintergrund! Einladen, bitte einladen! Einladen, bitte einladen! Einladen! Boah! Wann sind wir da? Wann sind wir da? Wann sind wir da? So, Rewano haben sich jetzt eingeladen! Sind wir schon da? Am Handy, ne? Rewano-LP! Eingeladen! Alter, das ist so schrummst hier draus! Das ist der Wahnsinn! Ich komm hin! Ja, die Welt geht gerade unter bei mir! Bei mir war's heute schon! So, Trittbein! Tief Joachim oder wie die immer alle heißen! Genau! Das Schöne wäre halt Weibername und das, ne? Du wirst schon! Was machen wir jetzt? Das variieren sie immer wieder! Ah, Flugzeuge! Flugzeuge meinem Bauch! Also wenn so ein, wenn so ein, äh, Blitz aufm Parkplatz einschlägt, dann kriegt's ein Frauenname! Äh! Ach, der war auch nicht gut! Okay, ja, halt! Hier einfach keine Resonanz bekommen! Glaub! Aber null! Oh, nicht hier! Oh, nicht schon wieder das Gleiche! Warum kriegt man hier nicht mal ein anderes? Können wir nicht ein anderes Plitzel? Ein anderes Flugzeug! Kann doch nichts dafür! Ja, vollen Eisweiß! Jetzt nehmen wir hier mal eine bessere Farbe! Kotzegrün! 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 Ich nehm heißes Pink! Ich hab auch heißes Pink! Das ist auch meine Standardfarbe! Jetzt hier bin ich! Ich würd gern mal so'n, ich würd gern mal so'n Bankraub machen! Das geht noch nicht, ne? Ach, der wird im niedrigsten Level! Okay, warte, ich weiß, fangen wir mal die Tasten, wie ich drücken! Jetzt fangen wir mal die Tasten! Genau! Es gab noch eins, was noch eher ging! Was muss ich denn jetzt hier drücken? Mit dem linken Stick kannst du... Das wird sich jetzt drücken! Ja, linken! Okay! Ja, das geht doch! Und R2 ist Gas und L2 ist Bremsen! Wow! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Das werd ich niemals schaffen! Bremsen, wo ist Bremsen? Gabax, einfach den Gabax vom Inne holen! Äh, L2! Der fliegt aber echt miserabel, der Ding! Achso! Könnt nicht am Rewander liegen! Weißer! Oh! Oh! Sag da! Ich bin ins Wasser gef... Ich wollt nur parken! Ich wollte parken, genau! Da ist doch grad auch einer ins Wasser gef... Du dachtest, der ist ein Wasserflugzeug! Das war das Gtief Brunhilde! Genau! Alter! Das ist ja mit der Maus noch besser! Ne! Oh! Je! Ich bin wenigstens nicht alleine! Doch, jetzt schmeckt er da auch wieder rum, wenn er nen Pad hat! Hehehe! Das ist alles gut! Alles ist okay! Aber du lock dich aus! Nicht kann er! Nicht kann er! Nicht! Doch, ich dreh mich! Ich bin am... Komm, ich komm ja auch nicht an euch ran da! Hahaha! Frieden! Alter, ich bin der übelste Selbstmörder! Also ich hab's drauf, ey! Mit dem Abmurksen, der Genius! Hahaha! Hahaha! Ich hör mal kurz! Hahaha! Mach die ganze immer! Alter, was ist das denn? Mach die Götze aus! Boah! Also Fliegen ist rum! Boah! Alter, wie hoch müssen wir denn da? Leckt mich fett hier! Ey! Ich bin doch jetzt voll durch den Kreis durchgezogen! Wieso? Alter! Boah! 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 Runde 2, ey! Wie soll ich euch kriegen? Ihr seid beide da vorne? Was?! Runde 2?! Hahaha! Ich bin immer noch... Ich versuch immer noch den ersten Kreis, dich zu durchstoßen! Boah! Ich versuch immer noch den ersten Kreis! Genau! Guck mal rum um das Ding! Boah! Ich bin aber auch manchmal am rum... Bumpeln! Alter! Was machst du denn hier?! Geh weg! Baut euch mal gegenseitig runter jetzt! Ja genau! Ja! Macht mal bitte! Macht gleich Kamikaze, ey! Kann man auch Gas geben?! Kann man auch Gas geben?! Mit R2, Rwano! Wie oft denn noch?! Wo ist denn noch?! Ja, R2 und gesagt Bremsen! Ich hab' gesagt L2 bremsen! R2 Gas! Aber das war doch so in Ernst! Wie ist denn hier überhaupt die NOS-Einspritzung?! Das gibt's nicht! Was? Das sind Windschattenlusten von deinen Leuten, die davor sind! Das Nitro, sozusagen! Nitroglycerin! Wow! Alter! Ich mach' ja grad' die NOS-Einspritzung hier! Aber ich mach' alles! Ich muss mich in den Kreis reinfliegen! Du bist fast gegen mich gefeiert! Mach' was! Mach' doch keine Scheiße hier! Weil bei mir hat das alles... Lass' mich hier drüber! Das geht weg! Alter! Willst du mich verarschen?! Oh Scheiße! Ich brenne! Nein! Nein! Das war einfach Gottlike von unten! Jetzt ist... Wer weiß jetzt? Wollt ihr mich verarschen?! Ich... So! Das wird doch! Nein! Abschluss einer Nuklear-Rakete geordet! Von meiner Sicht, es wischt auf Revalo gesehen und starten Sturzflug! Ja, der Gamax hat mich gerade auf den Kopf abgedrängt! Nein! Nein! Welcher Platz bin ich jetzt? Zweiter oder Erster? Oder was das muss zu dir eigentlich? Oh, ich hab' ich hab' jetzt... Jetzt hab' ich hab' es gesehen! Runde 2 von 2! Wer ist jetzt der erste eigentlich? Ich doch nicht! Du! Ja, nur weil du uns weggeknallt hast! Und ich muss bei euch auch noch gucken... Weil, wie ich expliziere, du nicht, ey! Weil, wie ich expliziere, du nicht, ey! Ah, Alter, wie du mich steigst! Aber ich unter dir war, ich hab' dir von unten... ...habe ich nach oben einfach hochgezogen... Ich bin in eure Explosion reingeflogen und hab' gebrannt! Oh, wisst ihr was schönes? Bei mir wird jetzt erst mal gleich wieder stehen! Nie beendet! Ich hab' noch nie angefangen! Nein! Oh Gott, ich hab' mir noch niemals angefangen! Unverdient! Komplett unverdient! Boah, wie geil! Komm! Ich bin einfach in die Feuerbrunst reingeflogen und hab' gebrannt! Keine Ahnung! Oh, Wahnsinn, Leute! Wahnsinn! Ja, und weißt du, das Schlimme ist, ja? Jetzt pass auf! Chris... Chris, der, 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 ähm, die Explosion verursacht hat, hat überlebt! Ja, eben! Ja, saugeil, saugeil! Ich fand's super! 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 Fäll gemacht, liebe Leute! Super gemacht, ey! Frisch ist geil! 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 Aber nix mehr fliegen! Lass mal Fahrrad fahren! Fahrrad fahren! Ach! Hier da! Mit anderen Flugzeugen! Guck mal! Ne, kein Flugzeug mehr! Was haben wir jetzt für ne Map? Flugzeug stechen! Ich glaub fliegen! Oh! Nicht schon wieder! Nee, Limousin rennen! Limousin rennen! Echt jetzt! Was, Limousin rennen? Was, Limousin rennen? Über den Hubbel! Aber wir machen das nicht schon wieder! Das hatten wir schon mal! Hubbeldi Hub! Hubbeldi Katz! Nee, wir haben wir nicht! Hatten wir nicht gehabt! Oh, wir hatten schon über den Hubbel! Ja! Über den Hubbel hatten wir! Hubbeldich aus! Ja! Hubbeldi Katz! Ich hubbeldich aus! Ich hubbeldich aus! Sollen wir mal ein GTA-Rennen machen? Machen wir doch! Oh je! Machen wir! Rallye kann man auch machen, aber das funktioniert nicht in Endcheck! Mach was machen! Kein Kontakt! Dürfen wir uns da nicht berühren! Genau! Berühr mich nicht! Komm, gib Gas! Let's go! Regnerisch! Rücken Sie jetzt die X! Hab ich das genug? Damit die Fahrzeuge schon rutschen! Ja, ist schön so! Okay! They see me rollen! Rutschen! So rum! Sie sehen mich rutschen! Sie sehen mich rutschen! Wer hat es um 84? So! Oh Gott! Ein Ader! Ja, was soll denn der Scheiß hier? Da ist ein Zaun vor der Auswahl! Ich seh gar nix! Einfach, einfach ein Stück den hoch! Hier, was ist mir wichtig? Ich muss überlegen! Taktisch klug denken! Kamera bewegen! Was ist mir wichtig? Was machen wir jetzt? Taktisch! Aha! Aha! Ja, ja! Hm, was da? Ja, nimm das! Aus deinem Mund! Okay, nehmen wir Silber! Silber ist immer geil! Okay, Chrisplay ist gut! Ich wette mal 100 auf den Chris... Ne, 200 auf den Chrisplay! So, Chrisplay! Wettig! Und Gabax? Ne, ich weiß nicht wie da Dani ist! Ich warte erstmal! Ich guck mir das erstmal an! Rivano, den wette ich auf dem letzten Platz! Auf letzten Platz! Ich wette jetzt auf... Mein Auto ist zwitscht, oder? Nein, ich wette den Paar nach. Und auch auf den letzten Platz wetten! Nee! Ja, da ist gut! Muss mich erstmal dran gewöhnen, ja an das Game! Wie könnt ihr denn rufen? Ah, du wettes also auf mich ja? Also wenn du erster bist dann hast, lässt nichts vorbei? Nee! Da ist mir das Geld auch zu schaden! Eh, egal, meine nicht! Schade... Da gibt's um Stolz und Ehre! Alter! Alter! Wutsch das! Krass! Sehr schön! Sehr schön Der Rally King Du hast auch ein geiles Auto Das war unser erstes Das war unser erstes Das war unser erstes Das war unser erstes Rennen was wir gemacht haben Ja stimmt Oh scheiße Wow was war das denn Weswegen bin ich geflogen Weiß auch nicht Das war ein Motorrad glaube ich auf der Straße Boah Leute ey das ist so krass Alter meine Tür fehlt schon Was macht ihr denn ich fahre hier ganz smooth vorneweg Ich weiß auch nicht ey Alter mein Fahrzeug das gut stübeln im Wasser Das gut stübeln im Wasser Das ist gut stübeln im Wasser Das ist gut stübeln im Wasser Hat er so Schwimmflügel vergessen oder was Ja ja Ich bin die Seh Ich vergesse mitzunehmen Alter Dani wie schnell ist dein Fahrzeug Geh weg Kannst du das bei dem Rennen sagen Das ist gar kein Unwetter da draußen Ja Ach Gabax du bist so ein Typ Ich hab gar nichts gemacht Das war gar nicht Gabax Wer war das Ich bin voll weit von dir weg Und du sagst ich bin schuld Das war der Pudding Der hat mich am Anfang Gegen den SUV gedrückt Ich nö Sache ist süß Ich nö Ich war das Hehehehe Komm doch Ich komm ich komm ich komm Oh wow oh wow da war ein Auto fällt doch nicht Oh wow oh 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 wow oh oh Aber es ist schön geil die Spiegelung und so Die Pizzen auf der Straße ist absolut cool Ja das liegt richtig gut Besser als auf der Konsolen. Nö. Wie, nö. Nö. Ja doch, ist schon wirklich ein bisschen besser. Ein bisschen, ja, ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen GTX 970. 180 TI. Also auch wir jetzt Angeber. Echt TI? Ja klar. Nein. Soll ich jetzt einen richtigen ekligen Spruch bringen? Ja. Läuft dein Arc auf Epic oder mein Arc? Ja, mein Arc läuft auf Epic. Also auch, jetzt hast du die neu geholt eigentlich? Ja, ja doch, ne 980 TI jetzt. Mein letzter Parts von Arc, mein letzter Parts von Arc sind ja auf 60 FPS. Aber mit, leider gar. Ne, nur geile Grafik, weil Arc ja keine 60 FPS rausgebracht hat. Aber jetzt, bei der nächsten Station, da wird 60 FPS aufgenommen. Ja, da kam ja wieder 20.000. Eigentlich wollte ich beim Start warten, aber... Nein, ich krieg Onkel noch, komm, 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 komm. Nein, du Wixx-Auto-Dreck, Wixx-Dreck, Scheiße. Entschuldigung. Ja, was haben Sie denn für eine Krankheit? Du rett, du Fotze. Nein, du bist noch unhöflich. So, Rewano, bist du schon da? Ja, nie beendet, weißt du das. Oh, nee, warum denn nicht? Ja, weil ich hier mit den Störungen noch nicht so klarkomme, ja. Was ist dann eigentlich los? Deswegen sollst du doch auch den Showpad nehmen, rüber noch. Ja, hab ich doch. Das hat eine Auszeichnung gehalten. Aber ich rutsche so. Das ist das von Joyce auf der Playstation rutsche ich nicht. Guck mal, vom Ziel wieder, vom Ziel, die ich meldet. Nein! Ich hab doch wieder auf die, ich hab da wieder auf die Ziele gespucken können, aber nie mehr, nein! Nein! Ich hau mich gleich selbst mit der Taschenlampe. Du hättest einfach die Zunge ausrollen sollen. Ja. Ja, ehrlich, ey. Ich hau mich gleich selbst mit der Taschenlampe, K.O. Was war denn das? Ja, Christian, kannst du auch betten, würde ich sagen. Äh, ja. Das war's, oder? Äh, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns zur nächsten Folge. Ja, gut, Delfine. Bis denn. Götz, wie Delfine. Tschüss.